Ja, mich freut es sehr, dass die Deutschlandtour 2021 wieder in Stuttgart zu Ende geht. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen dort gemacht, meinen ersten Profisieg eingefahren und ja, hoffen natürlich, dass es wieder fast dieselbe Runde ist und ich auch dort wieder um den Sieg mitsprinten kann. Aber an sich freue ich mich natürlich, dass Stuttgart dem Radsport treu bleibt, gerade auch jetzt mit 2020 den deutschen Meisterschaften dort und 2021 wieder die Deutschlandtour zu Gast ist in Stuttgart, zu Ende geht und wie gesagt, ich freue mich schon drauf und wir sehen uns spätestens 2021 bei der Deutschlandtour. Ciao!